Was ist die Umwelthemen? Was ist die Umwelthemen? Was ist die Umwelthemen? Umwelthemen müssen nach Ansicht von CSU Generalsekretär Markus Söder in seiner Partei künftig eine größere Rolle spielen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert aus einem von Söder verfassten Thesenpapier, wonach die CSU... Scheiße, das wäre eine schwere Geburt. Wonach die CSU das ökologisch-bürgerliche Profil stärken? Also, bei allem Respekt. Ich schaffe das, sorry. Das tut mir so leid. Wonach die... Das ökologisch-bürgerliche Profil... Man darf nicht drüber nachdenken, was man da liest. So, also nochmal. Wonach die CSU das ökologisch-bürgerliche Profil stärken und so zu einer Partei der Lebensthemen werden müssen. So, also nochmal. ENDER ENDER